Keine Lust zu Geh doch in Deckung, du hässlicher! Vor allem, was ist denn das jetzt für ein schwarzer Penöppel hier? Alter, das gibt's doch jetzt nicht! Wir sind als Rückermacht, nicht fertig! Sie kommen von links! Auf 3 Uhr! Ja, ich hab's kapiert! Ich hab's kapiert, dass die von links kommen! Sie von links! Rechts, rechts! Das werden Rechtsradikale! Stammte Hacke! Kontakt auf 3 Uhr! Pfeifen sind unterwegs! Sie kommen von der Seite! Sie kommen von links! Checkt die rechte Seite! Sie kommt von links! Alles klar! Sie kommt von links! Wenn mir jetzt nur einer von denen sagt, dass die von links kommen, ne? Dann geb' ich denen links und rechts ne Backpfeife! Weiter los! Links Gegner von links! Okay, wen muss jetzt hier ne Backpfeife verpassen? Achtung von links! Von der Seite! Hinter mir! Achtung! Hinter dir! Sie versuchten von links! Entschuldigung von links! Los, was die andere ist! Achtung von links! Sie kommt von links! Auf 3 Uhr! Auf 3 Uhr! Ich komm von links! Ich komm von links! Ey, woran erkennt er mich? Schub dir weg um! Oh, er ist unsichtbar! Das muss er sein! Ich kann den Gegner nicht sehen, also ist er das! Oh, wie erkennt man sich das jetzt? Ich weiß es doch nicht! Auf 3 Uhr! Schütze! Achtung, sie kommt! Direkt von links! Direkt von links! Erledigt! Wir schaffen das! Nicht übermüßig werden! Ready mode! Direkt von links! Oh, wir sind hier fest! Wie lange noch bis die Heli seintreffen? Nur noch ein paar Minuten mit dem Verarschen! Die sitzen wahrscheinlich gerade gemütlich in ihrem Helikopter, schlürfen Tee oder so'n Scheiß! Papi! Bleib am fein! Wir schlagen ihn zurück! Sie sitzen fest! 9 Uhr! Muss ich von links! Er hat ein Stuhlgewehr! Er hat ein Stuhlgewehr! Er hat ein Stuhlgewehr! Die anderen haben Wasserpistolen oder was? Meine Fresse! Das wäre blöde Aussage hier schon wieder! Kontakt direkt voraus! In your face! Gegner tot! Ich verstehe! Was gibt's daran nicht zu verstehen? Kontakt auf 0-0! Oh, das machen wir jetzt mal ganz schnell hier mit der Sniper! Ja, jetzt kommt's hier! PAY BLOW! Alter, gleich zwei Stück hier! So muss es sein, Digga! Ihr sollt euch nicht gegenseitig abschießen! Was ballert der da? Ist der doof? Das sind alles Steuergelder, die du verballerst, du Affe! Tarnung ist aktiv! Ja, warte nu! Ach, da hoch hin! Achso! Ja, genau! Leg dich hin! So, wir haben alles der Welt, komm ich jetzt da hoch! Ach, jetzt ist die Leiter unten! Dank der Scheiße, Drecks, Piston, Nacken, Arsch! Hör auf dich hinzulegen! Hör auf den Deckel zu gehen! Dank normal! Dank normal! Ich brauch die fucking... Ey, ich muss doch mal... Die Teamkameraden stehen direkt hinter mir! Ich muss nicht auf die warten! Dank normal! Was ist hier schon wieder los? Ich bin schockiert! Wir hatten so klare Anweisungen! Es wird dir gefallen, Feudy. Viele Ziele, kein Zöger. Ach so. Na dann. Trotzdem, wir haben es noch nicht hinter uns. Behaltet kühlen Kopf und wählt eure Ziele mit Bedacht. Was ist mit dem Schiff? Wenn wir uns nicht erst um die Verstärkung kümmern, vermutlich gar nichts. Das war ein Schiff. Wenn ihr seht, es kommen noch russische Spec Ops. An den haben wir erstmal zu knabbern. Das ist für ein Taxi. Wir brauchen einen fucking Hubschrauber. Wo warten? Da warten. Okay. Einhaken und los. Kann losgehen. Hui. Wie ist der Status des zweiten Schiffs? Unsere Wunderknaben haben das Kontrollsystem sperren können. Es ist von Manipulation geschützt. Aber viele Gegner nähern sich dem Schiff und können immer noch eine Menge Schaden anrichten. Wir gehen hin. Oh, nu? Oh, yeah, bitches. Wir gehen hin. Wir gehen hin. Wir gehen hin. Fucking MG. Hey, wir sind keine Russen. Dann sagen wir denen. Wir gehen hin. Ich nehmt den Heli. Ich nehmt den Heli. Alles klar. Jawoll. Stirb, motherfucker. Stirb. Die Schiele fliehen. Okay, Turley. Scheid, dich von alleine zu lassen. Scheid, dich von alleine zu lassen. Meint ihr etwa hier, Mecha-Phantom-Ungeheuer-Leinwolf oder was? Nur, ich bin so witzig. Okay, ich mach mal mit jetzt hier. Anstecken. Oh, schön. Ey. Ich bin auf der Haupt-Vapier. Kass auf, nicht. Das ist dein FPV. Boom Baby Boom Baby Ah das macht hier Boom Zum Glück sind die Schafsch Die Flugzeuge, also die Hubschrauber schützen nie so gut wie ich Und die gegnerischen Ich liebe mich Vor allem wir hatten das schon vorher dieses Geschütz hier Aktiviert Wenn ich doch jetzt so plötzlich im Raumschiff war Hier muss auch noch Raumschiff Wenn ich Hubschrauber bin und den Geschütz verdiene Stürf Stürf Wie viel hält so ein Ding aus? Normalerweise muss er schon längst kaputt sein, Alter Normalerweise müsste ich eigentlich auch ein bisschen In seiner Flugbahn schießen und nicht direkt auf ihn drauf, damit ich ihn treffe Normalerweise müsste ich jetzt ein bisschen vor ihm ballern, als nur neben ihm So, jetzt ist er mal kaputt Oh yeah, cool Öl ins Feuer Ja, wir haben es geschafft 55 von 100 Punkten Irgendwie haben wir so noch diese Tendenz da drunter, war Drücken wir mal auf A Damit wir Abgefahren fertig sind So, jetzt können wir hier noch ein bisschen rumdrücken und Dann haben wir auch gleich fertig Ich bedanke mich für das Zusehen Wem auch schon alles in die Kommentare Und wie gesagt, auch sagen, ob ihr jetzt Destiny mit aufgenommen haben wollt Oder ob so kleinen Einblicke ab und zu mal reichen Wie bei Dark Souls Oder ob, und ob ihr noch zur, ähm Community In Kassel nächste Woche Ein Video haben wollt Würde mich auch brennend interessieren Dann würde ich sagen Sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online Tschüss Tschüss